Ich war doch auch so verknallten, Lukas, dass ich nicht gesehen habe, was für ein Arsch er ist. Du lässt mir keine andere Wahl. Oliver, solange du die Beziehung zu Lukas nicht akzeptierst, will ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Beim nächsten Fest musst du unbedingt wieder das Catering machen. Das war klasse. Gib das Kompliment gerne an den Kochwein. Was will der denn hier? Vielleicht ein bisschen randalieren? Zu zu trauen wäre es ihm. Charlie. Entschuldigung. Nun? Wir sind noch nicht quitt. Aha, was heißt das? Du schuldest mir noch meinen letzten Lohn. Oh, natürlich. Angelo, geben Sie mir bitte das Coulier aus der Schublade. Ja. Bitte? Wenn du nachzählen willst. Nicht nötig, ich weiß, wer mich trauen kann. Ich bin nicht. Oliver, Charlie, wenn du immer noch denkst, dass er ehrlich zu dir ist, bitteschön. Hey, darf ich? Klar. Du hast ja auch so richtig gute Laune, hm? Geht so. Ich habe die Tines auf mit meiner Tante und deswegen meinen Job in Schneiders geschmissen. Was kann ich dir denn bringen? Äh, ein Eistiefürsich. Okay. Ja, und was hast du jetzt vor, so Job-mäßig, meine ich? Keine Ahnung. Ich brauche erst mal eine Pause von allem. Meinst du auch wegen Tom? Na ja, irgendwie sind wir ja, na ja, wie soll ich sagen, Leidensgenossen. Du meinst Schwester in einem Geiste. Ja, mal eine Trennung von Andi. Aber weißt du, was mein absolutes Patentrezept gegen Liebeskummer ist? Hm. Therapeutisches Shoppen. Hm. Das lenkt ab, entspannt, dient der Weiterentwicklung der Persönlichkeit. Eigentlich hast du gar nicht so Unrecht. Hast du Lust? Ja, ein paar neue Klamotten könnte ich schon gebrauchen. Also, unsere Fahrer sind echt einiges gewöhnt, ja? Aber so ein vollen Kofferraum, der hat echt gestaunt. Das war ja auch die doppelte Ladung. Ich würde eher sagen, die dreifache. Du hast alle für zwei zugeschlagen. Komm, deine Kreditkarte hat auch schon geglüht. So. Na ja, was soll ich machen? Ich habe nicht so ein Haufen Bargeld wie du. Oh, du kannst einem echt leid tun. Hey, Christiano. Könnten Sie uns vielleicht irgendwas zu trinken bringen? Natürlich. Worauf habt ihr denn Lust? Du bist, ähm, Erdbeer-Scheck? Ja. Ich kümmere mich drum. Okay. Weißt du eigentlich, wie gut du es hast? Du, das mit dem Personal ist auch nicht immer so leicht, ne? Okay, zeig mal. So, meine Damen und Herren, schau dir das mal an. Na ja, das ist echt Hammer. Ja, vor allem mit der passenden Hose dazu. Mhm. Die ist genau richtig. Ja, und dann noch. Das Shirt. Kann es vielleicht sein, dass du dich da ein bisschen mit der Größe vertan hast? Warum? Ist doch M. Ne, ist bestimmt XL. Stimmt. Egal. Ja, dann tausch doch einfach um. Hast du den Bon noch? Ja, aber jetzt extra in die Stadt fahren. Nämlich einfach zum Putzen. So, und dann das. Ah, cool. Was hast du von mir erwartet? Hast du Lust auf einen Cocktail? Ja, klar. Wollte mal ich mich drüben. Was willst du? Ich hab dich gefragt, okay? Okay. Aber lass mich mir das so zahlen. Du bist in die Eifelzeit. Ja, 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 ja. Was willst du haben? Tequila Sunrise? Ja. Zwei Tequila Sunrise bitte. Hey, was machst du denn hier? Verpiss dich. Das ist aber keine nette Begrüßung. Pass mal auf. Lukas' Freunde sind bestimmt nicht meine Freunde. Ach, ist das der Lieferschein von der falschen Weinlieferung? Ja, genau. Okay. Tschüss. Ciao. Mach dir schon zu. Ja, war nichts mehr los. Aha. Kannst du mir noch eine Flasche Wasser geben? Ja, sicher. Danke. Bitte schön. Danke, schreib es einfach auf meine Rechnung. Mach ich. Ach, Oliver. Na, hi. Hab dich gar nicht gesehen. Oh Gott, das sieht nach Arbeit aus. Ja, ich bin dabei, die letzten Monate aufzuarbeiten. Dann will ich dich nicht stören, ich muss eh unter die Dusche. Warte mal, ich wollte dir noch was geben. Ähm, noch zwei Euro für das Wasser, dann sind wir genau auf dem Stand von heute. Wovon redest du? Von deiner Rechnung. Ach, gib dir mir einfach morgen. Nun, warte mal, ich muss es doch nur noch zusammenrechnen. Was sind denn das alles für Zahlen? Na ja, Frühstück, Mittagessen, Waschmaschine, Miete. Wir haben lange nicht mehr abgerechnet. Isabel hat nie was gesagt. Die hatte so viel mit der Kneipe um die Ohren, deswegen habe ich mir das jetzt mal vorgenommen. Dann kommt ja jetzt wohl einiges zusammen. Ach, das ist relativ. Auf den Tag gerechnet ist es gar nicht so viel. Insgesamt ist es allerdings ein ganz schöner Batzen. Aha. Saft. Wie viel? 1005 Euro und 15 Cent. Das ist ein ganz schöner Batzen.